Wir sind hier in der Römerstraße in Lautlingen beim Reinhard Freund und seit Jahren ist es Tradition, dass man hier einen Bike Marathon Fan Support macht. Jawohl, seit die Strecke geändert wurde, circa sechs Jahre, nicht ganz sicher, seitdem machen wir unser Fest. Dann nutzen wir die Gelegenheit. Und jedes Jahr kommen dann alle möglichen Nachbarn und Freunde zusammen und grillen gemeinsam? Ganz genau, wir grillen, es gibt Freibier, kein Problem, jeder bringt seine Würstchen selber mit, da haben wir viel Spaß, bis spät in den Abend. Und es sind ja 2500 Fahrer, die jetzt hier direkt vor der Haustür vorbeifahren. Werden da alle gleichmäßig unterstützt? Selbstverständlich, bis zum Letzten. Selbst der Letzte bekommt noch unsere volle Unterstützung. Da sind wir knallhart. Und dieses Jahr gibt es etwas Besonderes. Sabine Spitz bei ihrem wahrscheinlich letzten Auftritt hier in Albstadt. Hat man sich da was einfallen lassen? Speziell, oder? Nein, gar nicht. Jeder wird gleich behandelt bei uns. Bei uns gibt es keine, wie soll ich sagen, Starallüren oder solches. Bis zum letzten Platz wird jeder gleich behandelt. Applaus 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 Applaus